Die Frage ist doch, werden sie in dieser Ecke bleiben müssen oder bricht es auf? Also das ist doch die entscheidende Frage. Die Grünen fordern ja die CDU auf, gewissermaßen eine Art Einheitspartei zu bilden. Der einzige Satz lautet, wir sind alle unterschiedlicher Meinung, aber einig, die AfD muss raus. Ja, das ist genau das. Bleibt es dabei oder bricht das auf und wo bricht es auf Ihrer Meinung nach? Also erstens, das wird sicherlich nicht dabei bleiben. Das sehen wir ja an der öffentlichen Debatte, die jetzt schon in einer Art geführt wird, wie wir sie vor einiger Zeit noch nicht hatten. Sie wollten uns erst totschweigen, dann wollten sie uns dämonisieren. Jetzt reden sie über uns und sie werden dann irgendwann mit uns reden. Daran führt kein Weg vorbei. Aber ich glaube, dass der entscheidende Punkt an dieser Stelle nicht die Grünen sind nochmal, sondern die CDU. Ich wiederhole, durch die CDU muss ein Ruck gehen. Die CDU braucht eine neue Führung, die braucht einen neuen Kompass. Die braucht keinen Blackrockmann vorne, sondern die braucht jemanden, der Politik wieder im Interesse der Bürger machen will. Und mit dem können wir dann reden. Denn mit dieser CDU, unter dieser Führung, da braucht Herr Merz gar nichts über uns zu sagen. Wir wollen mit dem nicht zusammen machen. Mit dem haben wir keinen Konsens. Der will die Vereinigten Staaten von Europa, der will natürlich auch möglichst viele Waffen möglichst schnell in die Ukraine liefern, das wollen wir auch nicht. Aber der will eben auch diese ganze Klimapolitik machen. Als dieser Koalitionsausschuss getagt hat, ich weiß nicht wie viele Stunden lang und Tage lang die getagt haben. Und dann sind die zurückgekommen und waren einen Millimeter geerdet im Sinne von, das klappt nicht alles so richtig, wir müssen jetzt mal so ein bisschen realistischer werden. Der Hauptansatzpunkt und Kritikpunkt von der Union an der Stelle war, ihr gebt den Klimaschutz auf. Vollkommen irre. Warum macht er das? Weil er mit den Grünen regieren will. Aber werden Sie jetzt übermütigt, wenn Sie sagen, also mit der CDU, mit dieser CDU wollen wir nichts zu tun haben?